Hm, ein Brunnen. Kristallklares Wasser schießt hier einen Brunnen in Form einer Skulptur herunter, der diesen Raum klar dominiert. Aus dem Brunnen trinken. Das Wasser ist kühl und erfrischend für einen Augenblick. Dann beginnt es in eurem Mund zu kochen und zu brennen. Eure Zunge und eure Käse scheint zu verbrennen. Jetzt spuck die dampfende Flüssigkeit so schnell wie möglich auf den Boden. Den Raum durchsuchen. Das Wasser ist kristallklar. Man kann auf den ersten Blick sehen, dass sich der Brunnen selbst nichts verbirgt. Dass sich im Brunnen selbst nichts verbirgt. Der Rest des Raums ist praktisch auch leer. Dann gehen wir mal zurück nach Süden. Ich habe jetzt Schaden genommen. Und gehen mal nach Osten. Ein Goblin mit rotglühenden Augen springt aus dem Schatten in der Nähe der Ostwand. Er beißt mit seinen scharfen kleinen Zähnen, widerruft aufeinander, fürchterlei Wut in Brand und gleichzeitig begierig, sie euch ins Fleisch zu schlagen. Er träumt mit seiner Axt gegen seinen kleinen Schild und ruft durch eine Herausforderung entgegen. Den Goblin angreifen. Die Leiche des Goblins liegt in der Mitte des Raumes. Seine Axt und sein zerbauchendes Schild liegen neben ihm. Den Raum durchsuchen. Wie er durchstübert die Leiche des Goblins und durchsucht dann sorgfältig den Raum. Ihr findet nichts wertvolles. Dann gehen wir nochmal nach Osten. Ich kann nicht nach Norden. Da gibt es keine direkte Verbindung. In der Mitte des Raus befindet sich eine große Schatzkiste. Knochen liegen verstreut am Boden herum. Die Schatzkiste untersucht. Achso, hups. Nach Westen fliehen. Das geletzten ist die Gelegenheit. Du stößt mit einem rostigen Krummsehlen nach eurem ungeschicksten Rücken, als ihr flieht. Okay. Gehen wir nochmal nach Osten. Ich würde gerne laden können. Den Raum durchsuchen. Ihr findet nichts. Die Schatzkiste. Weck das Skelett wieder auf. Das Skelett angreifen. Okay. Kiste öffnen. In der Kiste befindet sich der Stab der magischen Geschosser. Der Geister kriegt ihn in den Haufen und steckt ihn in den Gürtel. Das hat Erfahrungspunkte gebracht. Cool. Warum durchsuchen? Nichts. Die Kiste öffnen. Nichts. Okay. Gehen wir weiter nach Norden. Ähm. Ihr tretet in den Raum. Ein Knurderkampfhund springt euch aus dem Schatten heraus an. Den Kampfhund angreifen. Okay. Den Raum. Ihr tretet über die blutige Deiche des Hundes hinweg, der euch hier früher angegriffen hat. Der Raum stinkt nach nassem Hund. Den Raum durchsuchen. Ihr findet einen Eisenschlüssel und einen blauen Trank, den euer Geisterkrieger sofort trinkt. Der Trank scheint einige eurer Wunden gehaltsam. Ihr steckt den Eisenschlüssel in den Gürtel. Mhm. Okay. Ich kann nach Süden zurück oder ich kann nach Westen. Das heißt, wir gehen jetzt nach Westen. Wenn ich nochmal nach Westen gehe, komme ich in den Brunnenraum zurück. Äh. Den Raum durchsuchen. Warte mal. Gab es im Osten was in dem Raum? Weil der Raum sah so leer aus. Abgesehen von Handfesten an der Wand und den angeketteten Knochen in einer Ecke scheint in diesem Raum des Verdienstes nichts von Interesse zu sein. Durchsuchen wir den Raum. In einem hohen Knochen in der Ecke des Raums hielt ihr eine Schriftrolle. Auf dieser ist ein unbekannter Zauber niedergeschrieben und das Bitter des Kreischlings abgebildet. Ihr entscheidet euch dafür, die Schriftrolle für später aufzuheben und verstaut sie in eurem Rucksack. Okay. Dann jetzt nach Westen zurück. In die Bibliothek da oben. Ihr betretet den hübsch eingerichteten Raum. Eine geisthafte Gestalt im verrotteten Lumpendochter der Nähe der gegenüberliegenden Wand auf. Sie zeigt mit einem dürren, gekrümmten Finger auf euch und schwebt dann auf euch zu. Können wir jetzt magische Geschossen angreifen. Okay, den Krieger haben wir besiegt. Jetzt, wo der Geist besiegt wurde, könnt ihr euch diesen gut biblierten Raum genauer ansehen. Es gibt hier einen Tisch, einen Schreibtisch, Bücher, Regale und mehrere Stühle in einer Ecke. Mehrere Stühle in einer Ecke stehen eine kleine Kiste in den Raum durchsuchen. Ihr untersucht einige Einrichtungsgegenstände und wünscht euch vor allem die Bücher in ihren Regalen besonders viel Aufmerksamkeit. Leider verläuft eine Suche ohne Ergebnis. Dann öffnen wir mal die Kiste. In der Kiste befindet sich ein magischer Helm. Euer geistiger Krieger setzt sich den Helm auf. Der zusätzliche Schutz wird sicher nützlich sein. Okay. Dann gehen wir mal nach Osten. Dieser Raum unterscheidet sich praktisch nicht von anderen Räumen im Verlies. Es gibt Ausgänge im Osten, Westen und Süden. Den Raum durchsuchen. In diesem Raum gibt es nichts, als es wert wäre einzustecken. Dann gehen wir mal weiter nach Osten. Abgesehen von dem hochwertig gefertigten Eigentisch in einer Ecke ist der Raum leer. Auf dem Tisch liegt nichts, aber es gibt eine Schublade, die euren Blick anzieht. Den Raum durchsuchen. Abgesehen von dem Tisch gibt es nichts in dem Raum. Die Schublade öffnen. Eure geistigen Befehle lassen die Geisterkriege zum Tisch gehen und die Schublade öffnen. Der Tisch ist mit einem starken Kontaktgift bestrichen. Glücklicherweise übersteht der Geisterkrieger dank seiner hohen Konstitution der Auswirkung des Gifts relativ unbeschadet. In der Schublade findet ihr zwei Armreifen. Der Geisterkrieger legt sie an. Ihr fühlt, dass sie sich eine kämpferischen Fähigkeiten dramatisch verbessert haben. Okay. Gehen wir mal nach Norden weiter. Oh, der Kreischling. Ein tollwürdiger Kreischling schießt aus dem Schatten heraus auf euch zu. Sein kleiner Körper scheint nur ein verwaschenes Schirm zu sein, das aus Fällen und Zähnen besteht. Da er sich so rasend nähert, könnt ihr ihn auch nicht fliehen. Schriftrolle mit dem Abblend eines Kreischlings einsetzen. Ihr habt den Kreischling in diesem Raum besiegt. Sonst gibt es wenig von Interesse. Den Raum durchsuchen. Ihr findet nichts Interessantes. Dann gehen wir mal in Richtung Westen. Da ist wieder eine Truhe. Hinter dem Turbogen im Westen spürt ihr eine bedrohliche Präsenz. An der Nordfahrt steht eine Truhe. Durch den Raum durchsuchen. Ihr stochert sorgfältig in dicken Staubschicht am Boden herum. Dennoch findet ihr nichts Neues. Es gibt hier nur die Truhe und die aufwendig verzierte Tür. Truhe untersuchen. Ihr verwendet den Einschlussschlüssel, den ihr früh gefunden habt und sperrt die Truhe auf. In der Truhe befindet sich ein blauer Trank. Der geisterträger kräft unwillkürlich danach und schluckt den Trank herunter. Dadurch hat er einen Großteil seiner Wunden. Mhm. Gut. Dann gehen wir durch den Turbogen. Wir nennen euch den Durchgang. Ihre Stimme erfüllt den Raum. Die Gruft wartet auf euch. Sobald ihr diese Grenze überschreitet, gibt es keinen Weg zurück. Wir haben Armschienen gefunden, die uns besser machen. Wir haben also besser kämpfen lassen. Wir haben einen Helm gefunden, der uns Schutz gibt. Und wir haben uns gerade geheilt. Also denke ich mal, dass wir in die Gruft rein können. Geisterkrieger. Der Urteil des Gestanktes Turbogenes hängt hier schwer in der Luft. An der gegenüberliegenden Mauer befindet sich eine steinige Gruft mit einem Turbogen, der in die Dunkelheit führt. Über dem Turbogen befindet sich das Symbol einer Hand mit einem Auge in der Handfläche. Es handelt sich um das Symbol Helms. Mhm. Aus der Dunkelheit der Gruft dringt das Geräusch von schlurfenden Schritten. Als der in Banagen gehüllte Untote aus der Gruft tritt, ist das wahrlich keine Überraschung für euch. Ihr spürt, dass dies die letzte Herausforderung für euren Geisterkrieger ist. Ihr wisst auch, dass es diesmal keine Möglichkeit gibt zu fliehen. Den Stab benutzen. Okay, geschafft. Als die Mumie fällt, erstreut das Symbol Helms im blendend hellen Licht. Ihr spürt, wie sich der Körper des Geisterkriegers auflöst und wie eure Lebensszenergie in euren echten Körper zurückkehrt. In dem Moment, wo eure Lebensenergie wieder eins ist, verfliegt auch die seltsame Kraft, die euch unbeweglich festhielt. Ihr stellt fest, dass in eurem Gepäck ein großer Schlüssel aufgetaucht ist. Das war mal geil. Hier, 21 für die Aufgabe. Da sehen wir jetzt alle Sachen. Für den Eisenschlüssel gab es Erfahrungspunkte. Für den Kreisschlingen. Und damit habe ich auch den letzten Schlüssel. Schlüssel des Geistes. Auf diesem Schlüssel ist das Wort Geist eingraviert, ja? Weil wir mit einem Geist herumhantiert haben. Hm. Gut, jetzt werde ich aber erst mal Minsk sein Level abgeben. Oh, und Keldon auch. Ja, die sind beide Stufe 24 jetzt. Drei Trefferpunkte, Attribute. Von mir aus noch mal eine Zähigkeit, okay. Drei Trefferpunkte, Attribute. Auch von mir aus noch mal eine Zähigkeit, okay. Das wieder hoch. Irgendwie, oh, Minsk hat neu. Achso, das kam daher, weil er Stufen verloren hat. Dann brauche ich noch mal eine Heilung für Minsk. Das hier für Minsk. Magiepan. Und eine mittlere Heilung für Minsk. Und mehr wird er auch nicht lernen, leider. Dass er mit 6 Weisheit überhaupt was hinkriegt. Gut. Dann probieren wir mal, was passiert, wenn wir hier einen Schlüssel reinstecken. Das Symbol Helps, das hier in den Boden eingelassen. Scheint so eine Art Ziegel zu sein, das wohl irgendwie ein Zutritt. Oder Fluchtunmöglich machen soll. Ja, ist gut. Wir müssen bald ruhen. Bo ist schon hamstermüde. Der Geist ist willig, mein Freund. Aber dieser alte, zerschundene Körper verlangt nach einer Pause. Ja, ja, schön für euch. Meine Beine tun mir weh. Äh, ja? Seid still! Hunger. Das Symbol Helps, das hier in den Boden. Ihr steckt den Schlüssel ins Schloss. Wenn ihr erneut klickt, dreht ihr den Schlüssel und entfesselt die Wächter, die auf euch warten. Okay. Welchen Schlüssel war das jetzt? Das war der... Der... Der Weisheit. Ja. Ach du meine Güte. Ferro Machilmann. Ferro Machilmann. Auro Machilmann. Genau. Der macht Zeitstopp. Äh, nein danke. So, dann habe ich einen Quicksave gemacht. Könnte ich vielleicht erst einen anderen Schlüssel da reinstecken? Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wie den da zum Beispiel. Ja, Schlüssel wird reingesteckt. Das war diesmal wieder der des Geistes. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Oh, ein Lich. Ein Lich und flammende Schädel. Die Dienerin der Natur ist bereit. Das Böse darf nicht... Ich bin schon ohne meine Funken, die Schwachengen brauchen... Was ist hinter der letzten Tür? Ein wenig Ruhe wäre angebracht. Wir bringen uns ja noch selbst in Gefahr. So, das war jetzt der Schlüssel. Die Jägerin... Die Jägerin... Amaralis... Xayvinto... Die Stockmutter. Itosi und... Nalmisara... Äh... Okay. Ich glaube, ich will mich als erstes mit dem Leichnam anlegen. Da der hier spawnt, kommt die ganze Truppe dahin. Und haut auf ihn Druck. Äh... Erstmal... Rückzug. Ach ja, und Level Up für Thalysa machen. 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 Vielen Dank.